Das machen wir einfach mal. In diesem Sinne, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen. Wir sind Saskia und Onkelpoppy, sag mal so, Onkelpoppy, Olli und Saskia, Vater und Tochter und hast du nicht gesehen? Ich habe nichts zu essen, ist auch okay und da rüben kriegen wir Besuch, deswegen eine etwas andere Ansage heute nach dem Intro. Danke, nach dem Intro geht es los. Ja, komm, die fick mal jetzt. Die machen wir. Weißt du, wir haben noch Netherite-Rüstung. Ja, passt schon. Alter, du bist ja, du bist ja gefuchst. Alter. Mit Bogen. Ja, Siggi. Ich brauche wirklich nur zwei Schüsse, dann sind die weg. Ja. Das war's. Das war's schon. Nee, irgendwo habe ich noch einen. Da schwimmt ein Kopf. Da schwimmt ein Kopf. Oh. So, ich habe den Kopf eingefangen. Toll. Aber dann sind die ja irgendwo hier lang gekommen. Aber wir haben jetzt das Bad Omen. Guck mal, guck mal mit E. Und dann siehst du rechts neben deinem Craftingfeld Bad Omen. Das heißt, theoretisch, kriegen wir es gleich besuch. Ihr habt EE Bookmarks oder was? Nee, rechts neben deinem Craftingfeld. Wenn du ins Inventar gehst. Oder habe das nur ich, das Bad Omen? Kann natürlich auch sein, dass nur ich das habe, weil ich diesen Typen hier gekillt habe. Das kann natürlich sein. möglich. So, ich werde nämlich jetzt einmal schwimmen gehen, schön waschen, bevor wir Besuch kriegen. Und dann müssen wir mal gucken, ich habe doch irgendwo das Horn, habe ich doch irgendwo. Warte mal, wenn ich das Horn jetzt blase. Wo ist mein Horn? Ja, ich habe es nämlich auch jetzt dreimal geblasen und dann waren die auf einmal da. Sehr schön. Ich weiß noch nicht, wo ist mein Horn? Blöden Kühe. Da ist mein Horn. Oh, schön. Das Hörnchen. Pass mal auf, wir pusten jetzt da mal rein. Bei dir hört sich das aber anders an als bei mir. Ja, wir haben doch da hinten so schöne Hörner noch. So. Eine Geschenketruhe von den ehemaligen Bewohnern dieser Welt. Ja, ja. Ist doch einfach so. Soll ich mal antworten? Wenn ich dann mal da bin. Mach mal. Oh Gott. Hört sich ja wie ein Saxophon. Loi. Wie cool ist das denn? Ich weiß nicht, haben die denn unterschiedliche Töne? Fahr mal mit der Maus. Ja, jetzt habe ich auch das. Ah, jetzt hast du es auch. Okay. Fahr mal mit der Maus auf das Horn. Da stehen Bezeichnungen drunter. Ich habe Sieg. Goat, Horn, Sieg. God, Horn, Sieg, Sing, Ponder und viel. Ah, okay. Ich weiß nicht. Ich weiß, es gibt verschiedene. Das weiß ich. Kannst du Musik mehr machen. Auch cool. Aber ich weiß jetzt nicht, wie viel und überhaupt und sowieso. Da bin ich jetzt tatsächlich raus. Ja gut, mal gucken, ob die eingeflogen kommen. Die tröten Heinis. Oh, cool. Richtig cool. Interesting. Cool. Sehr geil. Das ist cool. Das ist gut. Ja, sollen sie ankommen, die Eierköppe. Die nacken die. So, ich habe mal etwas gebaut. Du warst ja auch offline gewesen die ganze Zeit. Deswegen würde ich es dir gerne zeigen und erklären, was ich hier so gemacht habe. Also, erstmal Schlückchen Kaffee. Prost. Lecker. Lecker Kaffee. So, also pass auf. Wir haben unsere Pyramide umgebaut, unseren Beacon. Der ist jetzt hier zwischen Wolllager und Produktionsstätte Essen. Ja, das habe ich schon gesehen. Deswegen nicht wundern, weil ich musste so eine Strecke abbauen. Habe hier in dieser Truhe, da kannst du Sachen reinschmeißen. Das wird dann automatisch in das System eingefiltert und alles, was nirgendwo reinpasst, kommt dann in dieser Restsammelkiste wieder raus. Das kennst du ja auch schon. Für die Zuschauer da draußen, die nicht wissen, wie das funktioniert, habe ich im Endeffekt nichts weiter gemacht, als der klassische Sammelsoria-Gedöns. Das heißt, ich habe hier meine Hopper. Den Hopper habe ich in den Redstone Comparator gemacht. Den habe ich dann verbunden mit Redstone nach hier unten. Dann geht in den Repeater und der Repeater geht auf die Redstone Torch und die Torch als auch der Comparator sperren die jeweiligen Hopper mit Items, die dann mit Items bestimmt werden hier oben, sodass eben nur eine bestimmte Sorte nachher noch durchfällt und dann in die Doppelkisten. Ich habe bis zwei Doppelkisten da unten gemacht, damit wir immer genug Material haben, so wie das da unten aussieht. Erst führt sich die untere, dann die obere und oben drüber habe ich den Item Frame gemacht, damit ich nachher weiß, was ist da für ein Item in der Kiste drin. Das ist so der ganze Clou. Hier habe ich noch die Autoanlage gesperrt, weil ich immer noch mal teste. Da unten drin, sieht man das, habe ich einen Soulcent gemacht. Das habe ich dann hochgepusht mit Seetank, sodass ich dann eben einen klassischen Aufzug habe und das wird dann hier automatisch ins System eingespült. Und da hinten geht es dann immer von Station zu Station weiter. Wo willst du hin? Du kannst ja nicht runter. Du hast da Auftrieb. Du könntest aber von unten hochschwimmen. Und zwar richtig hochschießen. So richtig cool hochschießen. Warte, ich komme leider nicht in die Kiste rein. Hier unten drunter habe ich für die interessierten Technikzuschauer, habe ich eine klassischerweise Dropper-Geschichte gemacht. Das heißt, ich habe hier einen Dropper. Den Dropper habe ich dann bestickt mit Redstone. Das heißt, hier haben wir einen Comparator vom Dropper her weg. Da geht Redstone hin. Hier haben wir dann entsprechend einen Stein dazwischen gemacht. Der Stein wird dann wieder bepowert mit dem Repeater. Da habe ich einen Delay reingemacht mit drei, damit der Schalter eben entsprechend den Dropper verlangsamt. Dass er nicht raushaut bis Ultimo, sondern nach und nach, dass die Items nicht verschwinden. Dass wir da keine Probleme mitbekommen. Und das Ganze habe ich dann hier halt entsprechend... Ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus. So, das Ganze habe ich dann halt entsprechend mit Sachen verkleidet, sodass es keiner mitkriegt. Und dementsprechend sollte das, glaube ich, auch passen. So denke ich mir. So, und dann kommt hier noch ein Hive-Step drauf. Und noch einer. Und dann war es das. Schon sieht man nicht mehr, dass darunter eine Schadung ist. Sehr cool, oder? Sehr cool. Die Hopper, die hören jetzt hier erstmal auf. Die werden aber nachher noch an diese Kiste wieder angeschlossen. Das heißt, wenn wir hier unsere Sachen rausnehmen und das nicht mehr brauchen, können wir es hier auf diesen Grünteppich schmeißen. Unter dem Grünteppich sind Hopper, die dann eben die Items hier wieder reinsortieren. Der geht direkt hier in den Hopper unter der Kiste und dann geht das gleich weiter wieder ins System. Das ist so der ganze Plan. Wie viele Items ich hier einsortieren möchte, bin ich ganz ehrlich, habe ich noch keine Idee. Ich habe hier zuerst mal ein paar Kisten gemacht. Ein paar. Hier, du Frosch. Guck dir die paar Kisten an. Ich warte auf eine Reaktion. Wow. So voll am Eskalieren. Und die werden natürlich nachher hier noch rumverbunden, sodass die Wasserleitung nachher hier umgeht und dann hier wieder eingeführt wird, dass es dann hier weitergeht, dass wir eine Rundumstation haben. Ja, und hier wird dann nochmal ein Vorbau gemacht. Das heißt, da sieht man ja schon, dass ich das so weit ausgehoben habe. Das wird alles noch überdacht, sodass wir hier dann nochmal ein bisschen verkleiden können, ein bisschen ausschmücken können. Und das Gleiche, was da ist, wird hier auch nochmal gemacht. Also das wird ein Riesengebäude, muss man ganz ehrlich sagen. Denken Sie groß. Das heißt, hier wird auch nochmal ausgepackt. Und dann, wie gesagt, machen wir hier so ein schönes Dach. So eine Art Scheune. Vielleicht so ein flach zulaufendes Dach bis hier hin. Und ab hier geht es dann spitz hoch und dann wieder spitz runter. Und dann geht es hier wieder so flach weg. Wie so eine Urscheune, wie man es so aus schlechten amerikanischen Filmen kennt. So, wo sind unsere Freunde? Wo seid ihr denn, ihr Schweine? Weil eigentlich wollte ich ja diese Folge eine reine Baufolge machen. Aber irgendwie warten wir jetzt hier auf spezielle Tippen. Alter. Voll der Bass, ey. Wie du siehst, Fräulein Popovic, ich habe hier so ein bisschen Terraforming gemacht. Und habe hier so ein bisschen eine Insel gebaut und so, ne? Ein bisschen schöner gemacht. Also erweitert, dass wir hier später auch einen Weg bauen könnten. Das war so der Hauptgedanke. Weil ursprünglich hörte die Insel nämlich genau hier auf. Stimmt, die hat früher, vorher, früher, früher, früher. Damals, weißt du, damals. Also für mich gestern, für euch da draußen vor vier, fünf, sechs Wochen. Weil so viel produzieren wir vor. Denn wir produzieren vor, weil die Insel und ich fahren nämlich in Urlaub. Ach. In Urlaub. So, nicht nur wir, ne? Nee, die anderen nicht. Die anderen sind nur da. Ach, die nehmen wir nicht mit. Die sind nur da. Das wissen die nicht. Also Geschwister, Mutter, Onkel, Tante, Oma. Die sind nur da. Urlaub machen nur wir. So, wo sind denn jetzt die Vögels? Hallo. Die wollen nicht mehr. Die wissen, dass sie unsiebbar gegen uns sind. Aber eine Leiste oben hast du auch nicht, ne? So Welle 1, Welle 2 und so einen Scheiß. Nö, das hatte ich auch vorhin noch gar nicht. Also die waren halt einfach nur downtown Marlo gesagt. Ja, genau. Und dann haben wir gesagt und haben gesagt, tschüss. Dadurch, dass wir die halt einmal angeprickt haben, hätte jetzt eigentlich eine Leiste kommen müssen. Also ich bin immer noch hier beim Bad Omen. Bei einer Stunde. Also wir haben jetzt anderthalb Stunden Zeit, muss ich dazu sagen, ne? Stunde 29 habe ich das Bad Omen und dementsprechend kommen die dann irgendwann im Laufe der Zeit. Ist das denn gesaved? Au. Aua. Ich habe auch ein Aua bekommen. Ja, weil ich habe Dornen auf meiner Rüstung. Du blöde Kuh. Das heißt, jeder, der mich schlägt, kriegt auch was ab. Du blöde Kuh. Sehr gut, ne? Ja, gerade bei Spielern ist das immer ganz geil. Bei Mobs weiß ich jetzt gar nicht, ob die Mobs das auch betrifft. Aber Spieler, wenn die mich hauen, kriegen sie automatisch gleich eine geschossen von mir. Und ich mache noch nicht mal was. Toll. Sehr schön, sehr schön. Ja gut, wenn die Vögel nicht kommen, dann baue ich mal weiter. Dann ist das halt so. Wir wollten eigentlich nur so eine Viertelstunde Baufolge machen, aber jetzt haben wir ja schon zwölf Minuten rum. Und dementsprechend, ich holze mal so ein paar Bäume ab hier. So, ganz einfach. So eine Handvoll Bäume. Zack. So, magst du mir deine Hacke geben? Nö. Gut, dann halt nicht. Dann bekommen wir halt kein Brei-Glück. Hä? Ja, egal. Drei-Glück? Nö, Kuh. Fortuna, wo ist sie denn? Warte, ich komme zum Riesensack. Wo bist du denn? Soll ich das mal hier in so einen Hopper reinpacken? Und du gehst vorne bei der Wollfarm. Da mal hin. Du? Von dir aus gesehen der Linke. Von dir aus gesehen der Linke. Dings, also der da. Hier, der Hopperlauf. In der Kiste, oder? Der Hopperlauf. Hier, da. Da, wo ich drauf springe. Gucke. Gucke vorne auf den ersten Hopper. Hast du? Eih. Viel Spaß. Ich war gestern auch nochmal unten gewesen und hab nochmal ein paar Redstone gefarmt. Irgendwas Rotes hab ich hier jetzt. Warte, ich hab rote Punkte auf der Karte. Warte, 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 warte. Was ist da los? Warum? Was geht? Oder sind das Items, die hier noch rumfiegen? Ja, kann sein. Ach, das sind Items, die hier rumfügen. Das ist ein Baum. Ja, alles klar. Items sind. Das sind Items. Okay. Meine, meine Saplings, die ich weggeschmissen habe, die jetzt hier im Wasser schwimmen. Alles klar. Okay. Alles klar. Und der Rest sind Fiche. Fiche. Wir haben ganz viele Fiche hier, ne? Fich, Fich. Okay, wenn ich schreie, dann musst du ganz schnell nach Hause kommen. Dann werden wir nämlich eingegreift. Dass du das da draußen gehört. Ja, und was ist da los, ne? Da hat auch jemand gerade geschrien. Das hat gerade richtig gepasst. Total Panik geschoben. Meine Nachbarn, die hören immer mit. Ich nehme nur auf, ne? Nicht, dass ich live streame auf einmal. Weil genau gegenüber von uns wohnt jemand, der auch meine Videos guckt. Grüße gehen raus, liebe Frau Nachbarin. Nicht jetzt? Ja. Ach ja, stimmt. Ich bin doof. Guten Morgen. Guten Morgen, Frau Sassika. Ich habe, achso, das kennst du ja hier schon. Na gut, dann ist nichts Neues. Ja, aber nicht, dass ich jetzt aus Versehen Streaming angemacht habe und nicht die Aufnahme. Und dementsprechend wäre es natürlich dann cool, wenn Twitch sagen würde, hallo, streamen. Und ich kriege das nicht mit. Aber hätte dann gepasst zu dem Schrei eben draußen vorm Fenster? Weil das natürlich aus Richtung unserer Nachbarn kam. Hätte voll Funks gedüftelt. Ich bekomme ja gar keinen Fallschaden. Nee, du hast ja auch Federfeil. Ach, zwar knack, aber irgendwie kommt nix. Fässerfalling heißt du, Fässerfalling. Ich habe jetzt ein Problem. Ich weiß nicht, wie ich hier die Überführung machen soll. Von einer Seite auf die andere Seite. Das weiß ich noch nicht. Fakt ist, definitiv werde ich keine Hopper dafür nehmen. Jetzt weiß ich, wo ich bin. Kann man, Frage an die Zuschauer. Kann man Wasser, ja kann man eigentlich, ne? Items automatisch weiterleiten auf die andere Seite, wenn man jetzt keine Hopper als Untergrund nimmt, sondern irgendwie nur Steine oder irgendwie sowas. Geht das auch oder werden die Items ausgebremst und dann ist Schluss? Ist es nicht so, dass ich hier Kilometer überbrücken muss oder möchte, aber ich würde schon hier, ja hier einmal rumleiten. Und die würden dann auf welcher Höhe? Hier auf dieser Höhe, ne? Genau, auf dieser Höhe würden die langlaufen. Ah, es wird eng, ne? Oder ich mache hier hinten zu, dass wir hier gar keinen Ausgang haben. Oder ich mache einfach die Etage tiefer, ein, zwei, drei weiter. Das wäre auch noch okay, wenn ich hier so, gut, so eine Art Bogen mache oder so. Boah, hätte was. Vielleicht. Eventuell. Ja, schwierig, ne? Schwierig, was tun Sprachzeug? Was tun? Also ich müsste tatsächlich hier einen Block hinsetzen. Wobei es geht noch, ne? Hier oben drüber kommt da eh das Wasser. Oder ich füge den hier durch. Oh, wow, ich führe den hier durch. Ja, ich denke gerade laut, Entschuldigung, aber ist so. Wow. Wow. Doch, das geht. Das Guide, sie lacht sich tot, ne? Hallo, das ist Bauplanung vom Feinsten. Hier gibt es nur feinste Qualität. Aua. Hier gibt es nur feinste Bauqualität. Was willst du denn von mir, Alter? Mit Stress, du kommst. Was? Das gibt es hier nur. Also, wer mich mal beauftragen möchte, Bauservice Popovich. Nee, da musst du nicht machen. Bauservice Popovich. Und Bauservice Popovich wird Gesundheit. Bauservice Popovich, die richten das hier. Wer die hast? Ich hab Monster. Monster, hi. Monster. Monster. So, jetzt kriegt er mich nicht, ne? Weil ich bin nämlich hier schön versteckt. Lol, ich wurde abgeschossen. Ach, da unten vom Skeletor. Skeletor. Du, das ist nichts Neues, dass du dich abschießt, also. Skeletor. Skeletor, best friend. Bei was? Ja, Skeletor, best friend. Das ist kein best friend, das ist ein bad friend. Friend best. So, dann klatschen wir dich hier nochmal drüber. Ja, es wird ein Großprojekt hier mit meinem kleinen Lager tatsächlich. Aber ich hab keinen Bock, jedes Mal zu suchen. Und ich hab auch keinen Bock, jedes Mal zu gucken, wo ist das Item drin, was ich in der Tasche habe, damit ich es vernünftig einsortieren kann. Kann ich verstehen. Es regnet. Oh. Wie uncool. Für mich nicht. Ich geb hin. Tschüss. Ganz einfach. Hör mal hier so. Ganz einfach. Ach, meine Augen. Hier, warte mal. Hörst du das? Hast du das gehört? Nö. Nee, ne? Nö. Schade. Nur meine Essensgeräusche gehört. Ach so. Weil das Horn, das hört, irgend so ein Vogel hört das Horn ja auch so 100.000 Trillionen Blöcke irgendwie begrenzt. Ja, aber ich bin ja unter der Welt. Sind das 500 Blöcke, 50 Blöcke? Das ist egal. Egal wie, egal wo. Ach so, ich wollte ja schlafen. Da war ja was. Falscher Haus. Nee, egal wie, egal wo. Ob über oder unter, was weiß ich. Sobald du im Radius der bestimmten Blockanzahl bist, solltest du das auch hören. Also nicht nur die Mops, sondern auch du. Der Raid fängt an. Ach nee. Doch. Doch, der Raid fängt an. Es geht los. Warte, ich bringe kurz die Sachen weg. Es geht los. Ich bin freundlich. Nein. Ich bin genau reingelaufen. Toll. Wo rein? Sind die schon da? Ja. Wo denn? Die sind tatsächlich von der Seite gekommen. Sie klopft. Wo ich gesagt habe. Oh, ich habe ein Dings bekommen. Ein Emerald. Ich sehe, wie der Raid hier klein ist. Aua. Tut mir leid. Ich habe dich für ein Dings gehalten. Kommt die nächste Rutsche. Das ist schon ganz geil, ne? Wenn du so ein bisschen aufgelevelt bist, ist das gar nicht mehr so schwer, oder? Nee. Ich habe nicht mein Herz runter. Wir müssen nur gucken, wenn die Zauberer kommen, dass wir die Zauberer zuerst wegmachen. Weil dann sonst wird es nervig. Von wo kommen sie denn, die Eier? Ich glaube, die kommen von der Seite, wo ich mal gesagt habe, ich habe da was gefunden. Und das ist wo? Hier, die Villager da oben in der Breeding-Station. Die eskalieren gerade voll. Hast du mich gerade angerotzt? Ah, die kommen da hinten über die Eisenfarm. Gucke mal. Wett? Die sind bei den Villagern in einer Eisenfarm. Deswegen eskalieren die auch so. Mensch, du blöde Spinne, lass mir ein paar Wein in Ruhe. Eck. Rot. Wow. Wo ist der nächste? Hat er gerade gesagt. Wie viele haben wir noch? Da ist noch einer. Da drüben ist ein Enderman. Lol. Ah, der nächste kommt. Das war es schon. Ah, lol. Geh los. Unsere Freunde, wir empfangen jeden Gast. Wir mögen sie alle. Noch nicht. Ah, da hinten kommen sie. Sehen sie von der Stadt? Blöden Kühe. Oh. Äh. Ich geh mal hoch. Wir kommen mit hier oben drauf, an der Seite hoch, bei dem Schlafhäuschen. Oder ist er schon tot? Das bringt, glaube ich, nix. Doch. Wo ist er denn? Er macht ja gar keinen Schaden, ist tot. Na toll. Er macht gar keinen Schaden. Wie langweilig. Ja. Richtig langweilig. Muss mal was essen. Okay. Ich hab gedacht, dass dieses Vieh da mehr Schaden macht. Okay. Dann nicht. Ich hab auch gedacht, dass das überhaupt Schaden macht. Das hat gar keinen Schaden gemacht. Alles klar. Ich bleib hier mal drauf. Ich parke hier mal. Wer weiß, von wo sie jetzt kommen. Ah, sie kommen hinten von der Wollfarm. Da ist auch die Hexe mit dabei. Sie rennt einfach rein, ne? Aua. Nee, das... Nee. Au. Das tut weh. Was tut weh? Ich hab irgendwie von der Wollfarm viel Schaden hier. Weg. 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 Wo bist du? Ich hab... Ich bin verhext. Ich hab hier irgendwas eingesammelt. Oh, Gloster und das. Oh, oh. Wie schön. Ja, ist alles gut. Komm. Ich brauch jetzt nicht mehr verhext zu sein. Ich bin ne Hexe. Ich bin verhext. Hast du das? Nee, du warst das nicht, ne? Nee, ich bin hier. Was waren jetzt die? Die hier sind... Oh! Da sind Hexen dabei. Ich hab Potion of Healing. Wo sind sie denn? Ja, von der Hexe. Ich hab ein Potion of Healing bekommen. Von der Hexe. Ja. Von der Hexensexe. Wunden. Wo ist sie denn? Wo sind sie denn, die Schweine? Da hinten. Wo sind da hinten? Wo? Wollfarm. Bei Wollfarm? War schon wieder so ein blödes Viech. Aua! Oh, weißt du was, ey? Äh! Gut, jetzt weiß ich, was das für einen Schaden macht. Das lässt irgendwie so komische Dinge... Oh, ey, hab ich dich getroffen. Super. Du bist mir schön in den Pfeil gelaufen. Gut. Alter, das hört sich ja komisch an, wie die sterben. So. Ding, ding. Haben wir noch einen? Ich hab die Geister. Wir haben gewonnen. Die Geister haben wir noch hier. Hallo. Ich bin gleich. Wo seid ihr denn? Oh, das gibt's doch gar nicht. Die sind so nervig, diese Viecher. Hier sind noch zwei. Oh, ich seh dich nicht. Ich fäng mit dir. Ich fäng mit dir. Das ist mit dem Bogen, ist das... Das erinnert mich irgendwie an die Geister von Harry Potter. Ich lass dir. Ich weiß nicht, was das waren. Das war's. Wir haben eine Victory. Ja, ich hab hier ein, äh... Hast du noch mal leid? Ja, du hast das Totem gekriegt. Sehr schön. Jetzt hast du auch ein Totem. Ich hab meins allerdings in die Kiste gepackt. Hero of the Village bin ich jetzt für 40 Minuten. Ja, schön. Vier Emeralds, ein Appel, eine Spider-Eye, Sugarcane hab ich auch nochmal gekriegt. Ist da noch Platz? Oder ist Sugarcane schon so weit abgefarmt, dass wir keinen Platz mehr haben? Nee, doch nicht. So. Das ist schon mal gut. Ja, sehr schön. Jetzt brauchen wir uns erstmal nicht mehr zu fürchten, weil Hero of the Village ist unser Schutz. Freunde, dann kann ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch gern eine Bewertung da. Oder ein Abo oder einen Kommentar. Und wir sehen uns wieder zum nächsten Part hier auf diesem Kanal. Bis denn. Tschüss. 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 Vielen Dank.